Eichenlaubträger, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Steiner trifft den Helsinki ein. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit erneut einer Armee vereinigen. Da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017